Hallo und willkommen. Mein Name ist Nida und heute werde ich Ihnen über eine Firma erzählen, die nennt sich Padein, eine koreanische Firma, die jetzt auch im Land, aber auch international verkauft. Und zwar macht diese Firma Produkte, Maschinen, die ihnen helfen, ihre Ware einzupacken. Und besonders ist das Produkt, das rotiert, der rotierende Einpacker, den möchte ich Ihnen heute vorstellen. Erstmal sollten wir uns überlegen, wieso sollen wir denn überhaupt eine Maschine haben, die für uns einpackt? Wir alle wissen, dass die Automatisierung von solchen Vorgängen viele Vorteile hat. Zum Beispiel, wenn Sie eine Maschine haben, die einpackt und nicht einen Menschen, sparen Sie sich Human Resources Kosten, Sie sparen sich aber auch Zeit und Kosten, die der Angestellte normalerweise ins Einpacken gesteckt hätte, können er jetzt benutzen, um andere Dinge zu erledigen und die Firma auf andere Weise voranzutreiben. Genau, diese Maschine ist besonders, wie Sie hier sehen können, für Essensprodukte entwickelt worden. Deswegen kann sie kleine Beutel einzeln auffangen, dann auf rotierende Art und Weise füllen. Und sie hat besondere Sensoren integriert, die da sicherstellen können, dass alle Beutel gleich gefüllt sind. Das heißt, Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ein Produkt mehr Inhalt hat als das andere. Das ist vor allen Dingen heutzutage wichtig, da wir immer noch alle zusammen gegen die Corona-Pandemie kämpfen. Und was ist das Wichtigste, was wir dabei tun können? Wir vermeiden Keime und wir vermeiden Kontakt mit anderen Leuten. Wenn ich jetzt jemand hätte, der das Produkt mit seinen Händen einpackt, dann könnten wir vielleicht Keime so verstreuen. Aber dadurch, dass der Roboter das macht, haben wir dieses Problem nicht mehr. Das Produkt ist nicht nur sehr hygienisch, sondern auch sehr effizient, da es abmisst, wie schwer jede Tüte ist, aber auch lange arbeiten kann und sehr effizient arbeiten kann. Und vor allen Dingen, weil es eine Maschine ist, auch sehr schnell arbeiten kann. Dadurch werden die Produkte Massen produziert. Wir wissen ja alle, was für einen Vorteil das hat für die Firmen. Genau, jetzt werden wir uns einmal das Produkt anschauen und dann können wir mal sehen, wie das Ganze so aussieht. Wie Sie hier sehen, kann die Maschine, die Boxen, das sind gerade Verpackungen, größere Verpackungen, Beutel einzeln auffangen. Und hier ist das rotierende Gerät. Die Maschine gibt das ab an das rotierende Gerät, welches dann mit den eigenen Füngern, das die Beutel öffnet und der quasi weitergibt an den zweiten Roboter, der das dann füllt. Das ist sehr streamlined, wie Sie sehen, und sehr effizient. Und stellen Sie sich mal vor, wie viel langsamer und vielleicht auch mit mehr Fehlern es wäre, wenn das ein Mensch machen würde. Hier diese Maschine, die Sie sehen, macht diese auch direkt zu. Das heißt, Sie haben eine Maschine, die alles für Sie in einem Handumdrehen macht. Und hier ist das Verschließen. Die Maschine hat das zugemacht und da wurde es extra verschlossen. Wie Sie sehen, hat diese Maschine viele Vorteile. Nicht nur ist sie effizient und spart Ihnen Kosten, aber auch ist sie sehr hygienisch. Die Firma Padahin weiß, welche Produkte am besten welche Technologien benötigen und entwickelt genau dementsprechend ihre Produkte. Daher wissen Sie, dass wenn Sie Essensprodukte einpacken müssen, Sie dieses Gerät als eine gute Wahl wählen können. Besonders empfehlen Sie dieses Produkt für Essen. Das heißt, Trocken, wie Sie sehen, Trockenfrüchte werden hier oft verpackt. Tiernahrung oder Nüsse oder Weizen. Aber auch funktioniert die Maschine für Soßen. Also das ist nicht so, dass sie nur für Trockengerichte funktioniert. Sie können auch Soßen einpacken und Flüssigkeiten einpacken. Das ist alles mit der Maschine möglich. Wenn Sie mich fragen, ist das eine super Entwicklung, vor allen Dingen heutzutage in der Corona-Pandemie, wo wir alle ein bisschen mehr Sicherheit benötigen können. Aber auch wenn es kein Corona gäbe, ist es doch immer gut, eine Maschine zu haben, die genau das richtig tut, was sie tun soll. Effizient und sicher. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.